Das Land Thüringen war ein Land des Deutschen Reiches in der Weimarer Republik und der Zeit des Nationalsozialismus sowie ein Land der sowjetischen Besatzungszone und der Deutschen Demokratischen Republik. Das Land entstand am 1. Mai 1920 aus einem Zusammenschluss der thüringischen Freistaaten Sachsen-Weimarer Eisenach, Sachsen-Meiningen, Sachsen-Altenburg, Sachsen-Gotha, Schwarzburg-Rudolstadt, Schwarzburg-Sondershausen sowie des Volksstaates Reuss. Der Freistaat Coburg hingegen schloss sich Bayern an. Eine Integration von Gebieten aus dem preußischen Thüringen konnte trotz verschiedener Bestrebungen nicht realisiert werden. Im Thüringer und im nördlichen fränkischen Raum ging damit die jahrhundertelange ihrer starker territorialer Zersplitterung zu Ende. Landeshauptstadt Weimar, die größte Stadt Gera. Wappen Das Landeswappen wurde am 7. April 1921 verliehen. Es zeigt sieben silberne Sterne auf rotem Grund. Die sieben Sterne stehen für die sieben Staaten, aus denen Thüringen 1920 gebildet wurde. 1933 erhielt das Land unter der nationalsozialistischen Regierung ein neues Wappen. Da die Sterne allzu sehr an den jüdischen Davidsstern erinnerten. Das von den Nationalsozialisten verliehene Landeswappen zeigte einen bunten Löwen in der Mitte mit dem harten Kreuz in der rechten Pfote oben waren. Der sächsische Rautenkranz und der Schwarzburger Adler zu sehen. Unten waren der reußische Löwe und die Henne der Henneberger abgebildet. Dieses Wappen wurde von 1933 bis 1945 verwendet. Als kleines Staatswappen wurde von Behörden nur der Herzschild geführt. Gestaltet wurde das Wappen von dem alten Bürgermaler Ernst Müller-Gräfe. Wegen seiner Symbole wurde es auch als Thüringer Tiergarten verspottet. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde ein goldener Löwe auf rotem Grund verwendet. Der Löwe war von acht silbernen Sternen umgeben, die die acht Landesteile Thüringens symbolisierten. Der achte Stern steht für die 1945 in Thüringen eingegliederten preußischen Gebiete. Die Sterne als Symbol der Einheit des Landes sind bis heute im Landeswappen erhalten geblieben. Flagge Die große Staatsflagge trägt die Landesfarben weiß-rot und zeigt im weißen Streifen links noch besonders das Landeswappen. Die Landesfarben sind weiß-rot. Gründung Schon Ende 1918 nahmen die Regierungen der thüringischen Freistaaten. Einschließlich des Freistaates Coburg Verhandlungen zu einem Zusammenschluss alle auf möglichst unter Einschluss der preußischen Gebietsteile. Da Preußen zu keinerlei Gebietsveränderungen bereit war, wurde die Landesgründung im Jahr 1919 als sogenannte kleintüringische Lösung vorangetrieben. Im Verlauf der Gründungsverhandlungen äußerten die Landesregierungen von Sachsen-Meiningen und Sachsen-Coburg Bedenken darüber, ob ein Anschluss an das zu bildende Land vorteilhaft sei. Da sich der eher fränkisch geprägte Bereich südlich des Rennsteigs von jeher sprachlich wie landsmannschaftlich stärker an Bayern anlehnte, die Bedenken Sachsen-Meiningens konnten ausgeräumt werden. Der Freistaat Coburg entschied sich bei einer Volksabstimmung am 30. November 1919 mit 88% gegen einen Anschluss an Thüringen, worauf am 1. Juli 1920 die Vereinigung mit dem Freistaat Bayern vollzogen wurde. Durch das Reichsgesetz vom 23. März 1920 wurden die sieben Volks- bzw. Freistaaten ohne das Gebiet Coburg schließlich am 1. Mai 1920 zum Land Thüringen mit einer Fläche von 11.763 Quadratkilometer vereint. Das erste Landeswappen hatte sieben Sterne auf rotem Grund, welche die ehemaligen Freistaaten symbolisieren. Hauptstadt wurde Weimar. Die Verfassung des Landes Thüringen, die am 11. März 1921 verabschiedet wurde. Und der Gemeinschaftsvertrag von 1919 wurden durch den je nahe Abgeordneten der DDP, Prof. Eduard Rosenthal, entworfen. Von 1920 bis 1933. Auch in Thüringen war die Zeit der Weimarer Republik von politischen Wirren geprägt. Im Oktober 1923 bildeten die Sozialdemokraten unter August Fröhlich eine Regierung zusammen mit der KPD. Jedoch zerbrach die Arbeiterregierung wenig später nach dem Einmarsch der Reichswehr in Folge großer politischer Differenzen. Von Januar 1930 bis April 1931 gab es im Land Thüringen die erste völkisch-nationalsozialistische Regierung in Deutschland. Nach ihrem nationalsozialistischen Innenminister Wilhelm Frick als Frick-Regierung bezeichnet. Und schon 1932 konnte die NSDAP mit ihrem Gauleiter Fritz Saukel als leitendem Staatsminister allein die Regierung im Land bilden. Das Land wurde nach außen durch den Vorsitzenden des Staatsministeriums vertreten. Dies waren zwischen 1920 und 1945 zu 1920 minus 1921 Arnold Paulsen. 1921 bis 1904 und 20 August Fröhlich. 1924 bis 1928 Richard Leuthäuser. 1928 bis 1930 Arnold Paulsen. 1930 bis 1932 Erwin Baum. 1932 bis 1933 Fritz Saukel. 1933 bis 1945 Willi Marschler. Von 1933 bis 1945. Nach der Machtübertragung an Adolf Hitler Anfang 1933 erfolgte die Gleichschaltung der Länder. Zur Verfolgung der politischen Gegner entstanden die ersten Schutzhaftlager in Nora und Bad Sulca. Trotz Verfolgung durch den NS-Terrorapparat entwickelte sich in unterschiedlicher Intensität auch der Widerstand gegen die Nazi-Herrschaft. Der bisherige Ministerpräsident Fritz Saukel wurde Reichsstadthalter und dessen Nachfolger Willi Marschler. Durch das Gesetz über den Neuaufbau des Reichs vom 30. Januar 1934 verlor das Land Thüringen seine Eigenstaatlichkeit. Die Landeshauptstadt Weimar wurde zur GAU-Hauptstadt ausgebaut. Das sogenannte GAU-Forum Weimar existiert noch heute. Die territoriale Gliederung des NSDAP-GAUs Thüringen orientierte sich an der Gliederung der Reichstagswahlkreise in der Weimarer Republik und umfasste daher auch den Regierungsbezirk Erfurt und den Kreisherrschaft Schmalkalden. Die 1944 dann auch verwaltungsmäßig faktisch an Thüringen angeschlossen wurden, entstand das Konzentrationslager Buchenwald bei Weimar. 1943 kam das Konzentrationslager Dora Mittelbau im preußischen Regierungsbezirk Erfurt hinzu. Im Zweiten Weltkrieg war Thüringen weniger als andere Gebiete Deutschlands von Flächenbombardements betroffen. Fast völlig zerstört wurden die Städte Nordhausen, damals wie Erfurt zu Preußen gehörend. Und Kreuzburg größere Beschädigungen gab es unter anderem in Jena und Gera, Erfurt wurde zu etwa 10% zerstört. Verwaltung bis 1945 Bevölkerungsdaten und Verwaltungsgliederung das Land Thüringen war ländlich geprägt. Im September 1922 gab es 91 Städte und 2013 Orte, hinzu kamen noch 93 unbewohnte Gemarkungen, die meisten im Landkreis Meiningen. Es gab keine Großstädte und, wie die folgende Tabelle zeigt, 22 Mittelstädte, die in den 1930er Jahren mehr als 10.000 Einwohner hatten. Gera war die größte Stadt des Landes. Weimar, die drittgrößte Stadt und ehemals Hauptstadt des größten thüringischen Freistaates Sachsen-Weimar-Eisenach, wurde neue Landeshauptstadt. Die heutige Hauptstadt Erfurt und einige andere größere Städte lagen auf preußischem Gebiet und gehörten dadurch nicht zum Land Thüringen. Im Oktober 1922 wurde eine Gebietsreform durchgeführt, bei der 10 Stadt- und 16 Landkreise gebildet wurden. Die Kreise gliederten sich direkt in Orte, zusammengefasst wurden sie in Amtsgerichtsbezirken, deren Zuordnung zu den einzelnen Kreisen im rechten Teil der nachfolgenden Tabelle ersichtlich ist. Die genannten Einwohnerzahlen beziehen sich auf den 16. Juni 1925, als die erste Volkszählung nach der Schaffung des Landes Thüringen stattfand. Per Landesgesetz vom 16. März 1939 wurde die Kreisabteilung Kamburg am 1. April 1939 dem Landkreis Stadtroda eingegliedert. Quadrat Der Landkreis Stadtroda hieß noch 1922 jenar oder Verwaltungsänderungen. 1928 erfolgte ein Gebietsaustausch und eine Grenzbeeinigung zwischen dem Freistaat Sachsen und dem Land Thüringen. Insgesamt kamen 1.778 Hektar mit 2.900 Einwohnern zu Thüringen und 1.115 Hektar mit 4.890 Einwohnern zu Sachsen. Am 1. April 1944 wurde der zur aufgelösten preußischen Provinz Hessen-Nassau gehörige Landkreis Herrschaft Schmalkalden in den Regierungsbezirk Erfurt und die preußische Provinz Sachsen umgegliedert. Im Rahmen der Aufgliederung der Provinz Sachsen wurde der Regierungsbezirk dem Reichsstadthalter in Thüringen in Funktion als Oberpräsident unterstellt. Staatsrechtlich änderte sich damit nichts an der Zugehörigkeit des Regierungsbezirkes zu Preußen. Der achte Stern im heutigen Wappen Thüringens, ein Löwe auf blauem Grund, symbolisiert diese schließlich Ende 1945 rechtswirksam angeschlossenen preußischen Gebiete. Ende des Zweiten Weltkriegs, SBZ und DDR Ende März 1945 näherten sich die westaillierten Thüringen. Trotz des nahen Kriegsendes befahlen NS-Offiziere, den Trutzgau-Thüringen bis zum letzten Mann zu verteidigen, die Wehrer-Linie westlich von Eisenach sollte unter allen Umständen gehalten werden. Dadurch kam es am 1. April zwischen Treffort und Gerstungen zu Kämpfen von Volkssturm, Hitlerjugend und Fronturlaubern gegen die anrückenden US-Truppen. Die etwa 350 Todesopfer forderten und bei denen die Kleinstadt Kreuzburg zu etwa 85% zerstört wurde. Damit begann die Einnahme Thüringens, innerhalb von rund zwei Wochen war das ganze Land amerikanisch besetzt. Zuvor war es am 6. April noch zu starken Bombenangriffen auf Gera gekommen. Aufgrund der alliierten Vereinbarungen von Jaltar wurde das Land Thüringen mit Ausnahme der Exklave Ostheim vor der Rhön zwischen dem 2. und 6. Juli 1945 von sowjetischen Truppen besetzt. Das Land, nunmehr Teil der sowjetischen Besatzungszone, wurde um den preußischen Regierungsbezirk Erfurt auf 15.585 Quadratkilometer vergrößert. Und es erhielt eine neue Verfassung, die Gemeinde Ostheim vor der Rhön wurde an Bayern angegliedert. Der Thüringer Landtag wurde 1946 bei den halbfreien Landtagswahlen gewählt. Nach der Gleichschaltung der politischen Parteien zu Blockparteien wurde er bei den unfreien Landtagswahlen in der DDR 1950 nach Einheitslisten bestimmt. Mit der Neugliederung der DDR nach Bezirken verlor das Land 1952 seine Funktion. 1958 wurde es endgültig aufgelöst. Das Gebiet des Landes bildeten nun im Wesentlichen die Bezirke Erfurt, Gera und Suhl.